Im Grunde genommen, um Wissen zu erlangen, einerseits um den Betrieb vernünftig zu führen und den ganzen Betrieb auch zukunftsfit zu machen. Die Veränderung ist einerseits der Wissenstransfer bzw. der Wissensaufbau, die ich nicht erlangt habe und ich habe eine Toolbox an die Hand bekommen, die ich auch einsetzen kann. Empfehlenswert ist es für Führungskräfte oder angehende Führungskräfte bzw. all jene, die eine Position in einer Führungsposition anstreben.